Klamour Schmidt, bitte kommen. Es gibt einen Toten direkt am Schlossplatz. Finden Sie raus, wer dafür verantwortlich ist. Bei diesem Verkehr brauchen wir doch ewig bis zum Schlossplatz. Allerdings, Junge. Allerdings. Haben Sie den Mutsch mit? Aber der könnte es gewesen sein. Ich habe ihn erwischt. Haben Sie das gesehen, Schmidt? Keine Sorge, Junge. Eines Tages werden Sie auch so ein guter Kommissar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.